Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2021 für Realschule in Bayern, Gruppe 1, Aufgabe A2. Aufgabe A2.0 lautet, Punkte Bn mit der x-Koordinate und der y-Koordinate und Punkte Cn liegen auf der Geraden G mit der Gleichung y ist gleich 0,5x-4. Die Grundmenge ist R kreuz R, das bedeutet für x und y darf jede reelle Zahl angesetzt werden. Sie sind für x größer als –4,25 zusammen mit dem Punkt A mit 0,0 und den Punkten Dn, Eckpunkte von Trapezen A, Bn, Cn, Dn. Es gilt, der Winkel Bn, A, Dn ist 45 Grad, die Strecke A, Dn ist halb so lang wie die Strecke A, Bn und die Strecken A, Bn und Dn, Cn sind parallel zueinander. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma und los geht's. Aufgabe A2.1 Im Koordinatensystem sind die Gerade G und das Trapez A, B1, C1, D1 für x gleich –3 bereits eingezeichnet. Zeichnen Sie das Trapez A, B2, C2, D2 für x gleich 2 ein. Das hier alles kennen wir. Wir beginnen mit dem Punkt Bn. Bei B2 setzen wir jetzt überall für x den Wert 2 ein. Das Ganze noch berechnen und wir erhalten 2 und –3. Den Punkt können wir einzeichnen, also auf der x-Achse 2 nach rechts und dann –3 nach unten. Als nächstes zeichnen wir einen 45 Grad Winkel ein. Denn der Winkel Bn, A, Dn ist eben 45 Grad, der ist hier und zeichnen noch eine Gerade durch. Dann brauchen wir den Mittelpunkt der Strecke A, B2. Wir stechen mit dem Zirkel in A ein, stellen den Radius auf den Mittelpunkt ein und zeichnen einen Kreis. Denn die Strecke A, Dn ist nämlich halb so lang wie die Strecke A, Bn. Und zu guter Letzt verbinden wir die Punkte miteinander und damit haben wir das Trapez gezeichnet. Aufgabe A 2.2 Im Trapez A, B3, C3, D3 gilt, der Winkel C3, B3, A ist 90 Grad. Berechnen Sie den zugehörigen Wert von x. Das hier kennen wir. Schauen wir uns diesen 90 Grad Winkel an. Das ist dieser hier. Jetzt brauchen wir das Skalarprodukt. Das besagt, stehen zwei Vektoren senkrecht zueinander, ist der Wert ihres Skalarproduktes gleich 0. Wir haben also den Vektor A, B3 und den Vektor der Geraden G. Die stehen senkrecht aufeinander, daher ist gleich 0. Der Vektor A, Bn in Abhängigkeit von x ist ja dieser hier. Wir brauchen also die Koordinaten des Punktes B, also die x-Koordinate und die y-Koordinate. Der Vektor der Geraden G ist 2,1, denn wir gehen ja 2 auf der x-Achse nach rechts und 1 nach oben. Jetzt setzen wir hier einfach ein. Das rote eingesetzt hier und das blaue hier eingesetzt. Und jetzt das Skalarprodukt. Das geht wie folgt. Das mal das plus das rote hier mal das blaue hier. Und jetzt x mal 2 ist 2x. Die Klammer und das mal 1 können wir weglassen. Dann 2x plus 0,5x sind 2,5x. x soll alleine stehen. Die minus 4 muss auf die rechte Seite. Anstatt minus rechnen wir das Gegenteil, also plus 4. Dann x soll wieder alleine stehen. Dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt. Wir rechnen das Gegenteil, also geteilt durch 2,5. Und 4 geteilt durch 2,5 ergibt 1,6 für x. Aufgabe A 2.3 Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Koordinaten der Punkte dn in Abhängigkeit von x folgendes gilt. Das hier kennen wir. Schauen wir uns an, wie wir zum Punkt dn kommen. Wir brauchen den Vektor abn. Das ist dieser hier. Diesen drehen wir um 45 Grad. Schaut dann wie folgt aus. Und davon brauchen wir jetzt die Hälfte, um zum Punkt d zu kommen. Wir haben also eine Drehung. Das ist das hier. Und eine zentrische Streckung mit 0,5 und den Koordinaten des Punktes bn. Jetzt rechnet man wie folgt. Und zwar das vordere mal das obere plus das hintere mal das untere. Dann wieder das vordere mal das obere plus das hintere mal das untere. Und jetzt rechnen. Der Kosinus von 45 Grad mal x ergibt 0,71x. Minus Sinus von 45 Grad mal 0,5x ergibt minus 0,35x. Minus Sinus von 45 Grad mal minus 4 ergibt plus 2,83. Der Sinus von 45 Grad mal x ergibt 0,71x. Der Kosinus von 45 Grad mal 0,5x ergibt 0,35x. Und der Kosinus von 45 Grad mal minus 4 ergibt minus 2,83. Jetzt können wir die x jetzt zusammenfassen. 0,71x minus 0,35x sind 0,36x. Und 0,71x plus 0,35x sind 1,06x. Jetzt brauchen wir überall noch die Hälfte von diesen ganzen Zahlen. Das sind diese hier. Damit hat mein Punkt dn folgende x-Koordinate und folgende y-Koordinate. Genau das, was ich beweisen sollte. Aufgabe a 2.4 Berechnen Sie die Gleichung des Trägergrafen t der Punkte dn und zeichnen Sie diesen in das Koordinatensystem zu a 2.1 ein. Das hier kennen wir. Wir benutzen jetzt ein lineares Gleichungssystem. Die x-Koordinate des Punktes d ist das hier. Und die y-Koordinate des Punktes d ist das hier. Wir lösen jetzt die erste Gleichung nach x auf, um diese dann in die zweite einzusetzen, da wir ja eine Gleichung bekommen wollen und die beginnt immer mit y ist gleich. Also 1,41 auf die linke Seite. Dann x soll alleine stehen, dazwischen ist ein Malpunkt. Wir machen das Gegenteil. Wir rechnen geteilt durch 0,18 auf beiden Zahlen. Jetzt ist wichtig. 1 xd geteilt durch 0,18 ergibt 5,56 xd. Minus 1,41 geteilt durch 0,18 ergibt minus 7,83. Diesen Wert jetzt hier für x setzen wir hier in die zweite Gleichung ein. Das schaut wie folgt aus und ganz wichtig die Klammer setzen. Und jetzt ausmultiplizieren. Das mal das ergibt 2,95 xd. Das mal das ergibt minus 4,15 und die minus 1,41 übernehmen wir wieder. Jetzt können wir die beiden zusammenrechnen und erhalten minus 5,56. Unsere Geradengleichung des Trägergrafen ist also jetzt y ist gleich 2,95 x minus 5,56. Und jetzt müssen wir diese noch einzeichnen, einfach durch die Punkte d1, d2 zeichnen. Um kurzer Vergleich, y-Achsenabschnitt ist bei minus 5,5 in etwa, das passt. Und wir haben ca. 3x, also eine Stärkung von 3. Das bedeutet 1 nach rechts und 3 nach oben, passt also auch. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.